Hi! Lange nicht gesehen. Zumindest nicht auf Deutsch. Genau. Heute habe ich mal wieder, mal wieder, nicht so oft wie ich gerne wollte, aber doch endlich mal wieder ein deutsches Video für euch. Und zwar eigentlich nur so ein Labervideo, aber die sind ja manchmal auch ganz nett. Ich habe mir überlegt, ich beantworte ein paar Fragen, die ich immer oft in den Kommentaren bekomme von euch. Und ich hatte mir überlegt, dass ich auch noch erklären könnte, was überhaupt ASMR ist, steht hier im Titel von jedem meiner Videos, jedem meiner über 80, 90 Videos. Und wer jetzt zum ersten Mal auf so ein Video gelegt hat, der weiß vielleicht gar nicht, was das so genau ist. Deshalb dachte ich mir, ich könnte das mal erklären. Und dann, ja, mal sehen, was mir noch so spontan einfällt. Ich habe das jetzt nicht so genau geplant. Ich finde das immer netter, wenn das alles ein bisschen spontaner ist, dann ist das irgendwie für mich persönlich entspannender. Entspannender. Also für den Zuhörer quasi. irgendwie hat so dieses spontane, hat irgendwie bei mir mehr, mehr Wirkung als so ein krass durchgeplantes Video. Aber kann natürlich bei jedem anders sein. In dem Fall. Dass ihr das lieber total durchgeplant mögt, könnte es natürlich sein, dass euch das Video jetzt nicht so gefällt. Aber seht einfach selbst. Also fange ich immer damit an, was überhaupt ASMR ist. Eigentlich heißt es ja, oder die meisten sagen ASMR, weil es eben einfach eine Abkürzung von englischen Wörtern ist. und zwar heißt es ausgesprochen Autonomous Sensory Meridian Response. Ab damit kann man so erstmal nicht so viel anfangen. Vor allem wenn man sowieso neu ist in dieser Welt oder bei diesen Videos. also wenn man quasi das erst so vor kurzem entdeckt hat. Ähm. Ich hab mir jetzt auch keine Erklärung irgendwie bei Wikipedia oder so rausgesucht, sondern ich versuch das jetzt einfach so zu erklären, wie ich es jemand anderem erklären würde, wenn der mich danach fragen würde. Ich hoffe, dass es irgendwie verständlich ist. Es ist halt auch nicht so einfach das zu erklären, weil es eben für jeden auch sich ein bisschen anders anfühlt. Also ich finde, man kann es am meisten mit einem extrem angenehmen Kribbeln vergleichen. auf Englisch nennen auf Englisch nennen die das Tinko, was ja mit so Kitzeln übersetzt wird. Aber ich finde Kribbeln trifft es irgendwie besser. Aber wie gesagt, ein angenehmes Kribbeln. Und soll man dann, wenn man bestimmte Geräusche hört oder etwas sieht. Also zum Beispiel, wie jemand etwas macht. Zum Beispiel eine Handbewegung. Wenn ich so mache, oder wenn ich sage, folge meinem Finger, also verfolge ihn mit den Augen quasi, dann gibt es Leute, die durch diese Handbewegung quasi dieses Kribbeln im Kopf bekommen. Dazu muss man aber auch sagen, dass es unheimlich viele Auslöser dafür gibt. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt so viele Auslöser und dann gibt es eben auch Auslöser, die nicht bei allen funktionieren. also die nicht bei allen zu diesen Kribbeln führen. Das muss man auch wissen. Um es ein bisschen besser zu verstehen. Ja, also zum Beispiel, was Geräusche angeht, ist ganz relativ universell. Ich glaube, sehr, sehr viel dämmt die Mehrheit springt darauf an. Auch wieder, und nicht alle, aber viele mögen eben ja, so das Klopfen mit Fingern auf irgendwas. Also das Tapping. Das, ähm, die meisten, das führt bei den meisten zu dem Kribbeln im Kopf und auf dem Kopf. Ähm, und ich glaube auch, äh, kratzen. Wobei ich mir da nicht so sicher bin, dass das noch so universell ist. Also es kann schon sein, dass das schon spezifischer ist. Ähm, und eben ganz entscheidend ist Flüstern. Deshalb sind ja auch, so gut wie alle meine Videos, flüsternd aufgenommen. Und, äh, ja, oder wenn man eben nicht flüstert, dann spricht man aber zumindest mit einer ganz sanften Stimme. Das ist nämlich auch ein ganz, äh, weit verbreiteter Auslöser. Und abgesehen davon, dass man eben dieses Kribbeln verspürt, was übrigens, äh, bis runter in den, also quasi im Kopf anfängt. Und wenn es ein ganz starker Auslöser ist, kann das dann runtergehen bis, äh, ja, bis in den Nacken und sogar noch weiter bis in den Rücken. Und manche Leute spüren das im ganzen Körper, wenn es ganz intensiv ist. Ähm, aber abgesehen eben von diesen Kribbeln, äh, ist das auch ein, eine unheimlich, oder ist ASMR eine unheimlich entspannende, ein entspannendes Gefühl. Viele Leute benutzen das, um sich zu, zum Beispiel am Ende eines stressigen Tags, ähm, um sich zu entspannen. Und, ähm, runterzukommen, abzuschalten. Und, kann mindestens genauso viele Leute, würde ich sagen, benutzen es auch, um einzuschlafen. Also, ASMR hat verschiedene Zwecke. Einerseits die Entspannung, von der ich gerade schon geredet habe. Andererseits, ähm, hat es Einstaffhilfe, was ja eigentlich dann auch mit Entspannung zu tun hat. Und, durch eben diese beiden Faktoren, ist, ASMR auch dazu geeignet, Leuten mit, ähm, Depressionen zum Beispiel zu helfen, und, Leuten mit Angstzuständen. ähm, denn, diesen neuen Fett ist eben gerade besonders schwer, sich zu entspannen und abzuschalten. Gerade das Abschalten ist, glaube ich, besonders schwer, weil denen immer irgendwas im Kopf rumgeht. Ähm, und, äh, gerade diesen Leuten hilft das eben auch sehr. Weil, das eine der wenigen, Mitte ist, die es gibt, um wirklich, mal den Kopf voll zu bekommen. Ähm, dazu muss man auch sagen, nicht alle Menschen, oder, man geht momentan zumindest davon aus, dass nicht alle Menschen dazu in der Lage sind, ASMR zu bekommen, und zu spüren. Ähm, dadurch, dass, diese Videos ja unheimlich oft angeklickt werden, und man allein bei YouTube schon, äh, Millionen verschiedene Videos findet, seid sehr offensichtlich, dass, viele Leute es haben. Aber es gibt eben auch viele Leute, die es einfach nicht haben. Ähm, und, diese Leute können das dann auch ganz schön nachvollziehen, was das ist. Denn, wenn man es noch nie erlebt hat, dann, dann kann man es eigentlich auch schlecht verstehen. Und selbst wenn man es erlebt hat, ist, glaube ich, das Gefühl für jeden nochmal anders. Also, ich gehe mal davon aus, dass das zum Beispiel ich, oder dass sich das für mich ganz anders anfühlt, oder so zumindest ein bisschen anders, als zum Beispiel, dass es sich, äh, als es sich für meine Mama anfühlt, oder für meinen Freund, oder, äh, also ich kenne viele Leute, die das haben, äh, eine Freundin von mir, viele Freunde von mir, und ich schätze mal für alle, fühlt sich das irgendwie, so ein kleines bisschen anders jeweils an. Aber, worüber sich alle einig sind, ist, dass es einfach, ähm, unheimlich angenehm ist, und, man einfach den ganzen Körper, äh, unfreiwillig quasi entspannt, ob man will oder nicht, ähm, das passiert einfach. Wenn das Grippchen da ist, dann entspann man sich auch. Das heißt, darüber sind sich eigentlich, so ziemlich alle, die das spüren können, einig. Und, ähm, ja, wie gesagt, also die Beispiele habe ich jetzt genannt, es gibt da noch unzählige weitere, Auslöser, oder auch Trigger. Das Ganze hat halt irgendwie so, ähm, oder man hat angefangen, das Ganze ein bisschen näher zu beobachten, also in den USA. Ja, deshalb sind viele Begriffe auf Englisch. Aber ich versuche, das jetzt gerade mal so ein bisschen auf Deutsch zu sagen. Ähm, ja, was ist noch, was wir immer noch darüber sagen? Es ist auch, was, äh, die Universalität angeht, ähm, nicht, also, auch furchtbares Deutsch. Ähm, es ist also auch dahingehend universal. Ich weiß auch nicht, ob man universal oder universell sagt. dass es nicht nur, äh, zum Beispiel, etwas, sagen wir jetzt mal, nur für junge Menschen ist, oder zum Beispiel nur junge Frauen. Das könnte man ja denken, wenn man die ganzen weiblichen YouTube-Kanäle sich mal anguckt. Das sind größtenteils junge Mädchen und Frauen, die das machen. Ähm, aber es ist tatsächlich universell. Also es gibt auch unheimlich viele Kinder, die, die diese Videos machen. Ähm, es gibt natürlich auch Männer, die die machen. Männer, Jungs. Ähm, und es ist wirklich egal, ob du 5 bist oder 95. Also das hat überhaupt nichts mit Alter oder Geschlecht zu tun, sondern einfach nur damit, ob du in der Lage bist, das zu fühlen oder eben nicht. Und die meisten, die es, die das Gefühl haben, haben das auch schon ganz lange. Also, ich würde sagen, das hängt bei den meisten in der Kindheit an. Bei mir war es auch so, ich hatte das, also, wahrscheinlich schon immer, aber so richtig bewusst erinnere ich mich eigentlich ab meinem 4. Lebensjahr oder so daran. ähm, zum Beispiel, wenn dir jemand auf dem Rücken malt, irgendwie Buchstaben oder Zahlen, und dann soll man die erraten. Ich glaube, damit fing es bei mir an. Ähm, ja. Aber ich fand das jetzt irgendwie gar nicht so außergewöhnlich. Ich dachte eigentlich auch immer, dass alle das haben, weil ich so viele kenne, die das selber haben. Deshalb. Hm. Ja. Aber klar, für Leute, die nicht wissen, was das ist, wirkt das auf den ersten Blick und wahrscheinlich auch noch auf den zehnten Blick ein bisschen eigenartig, weil es, wie gesagt, schwer nachzuvollziehen ist, wenn man es nicht selber hat. Aber ich hoffe, ich habe das hiermit halbwegs verständlich erklärt. Achso, ja, was auch ganz viele, ähm, gemein haben, ist, glaube ich, dass sie beim Friseur dieses Gefühl auch empfinden. Also, wenn einem die Haare gewaschen werden beim Friseur und wenn sie dann frisiert werden und dir jemand auf dem Kopf quasi so rum, ja, rumfummelt. Oder auch dieses, ähm, dieses Kopfmassage-Ding, was man sich für ein, zwei Euro sonst wo kaufen kann. Ähm, das, Das führt auch zu diesem Gefühl auf dem Kopf. So kann man es, glaube ich, ganz gut erläutern. Ja, soviel zu dem Teil. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich und einleuchtend. Vor allem für die, die zum ersten Mal jetzt auf so ein Video geklickt haben. Ja, dann wollte ich jetzt außerdem noch, wie gesagt, ein paar Fragen beantworten. Und dann am Ende wollte ich noch ein paar deutsche ASMR-Kanäle YouTube-Kanäle nennen. Falls ihr noch nicht so viele deutsche Kanäle entdeckt habt, es gibt tatsächlich einige. Genau. Also Frage Nummer 1, die ich oft gestellt bekomme. Wie alt bist du? Und ich gebe generell jetzt nicht so besonders detaillierte Antworten auf persönliche Fragen, weil Privatsphäre und so und Identitätsschützen, ihr wisst schon. Aber ich kann so viel sagen. Ich bin mit Sicherheit, also ich bin älter, als ihr denkt. Und das kann ich mit Sicherheit sagen, weil ich generell immer für viel jünger geschätzt werde, als ich bin. Also gehe ich mal davon aus, dass du, der das Video gerade guckt, der oder die das Video gerade guckt, mich mit Sicherheit für mindestens fünf, sechs Jahre jünger hält, als ich tatsächlich bin. Und dementsprechend habt ihr jetzt auch so ungefähr, in etwa eine Antwort. Spezifischer werde ich da nicht. Wo komme ich her? Ja, aus Deutschland offensichtlich. Und auch da wäre ich dann eigentlich meistens nicht besonders spezifisch. Aber so viel kann ich sagen. Ich komme aus dem Norden Deutschlands. Und nicht aus dem Süden und auch nicht aus der Mitte oder keine Ahnung. Was noch? Achso, ja. Das werde ich auch ganz oft gefragt. Wieso spreche ich so gut Englisch und Spanisch? Oder warum sprichst du so viele Sprachen? Das wird häufig gefragt. Erstens finde ich Sprachen einfach interessant. Das war schon immer so. Und zweitens liegt es mir auch irgendwie... Mir wäre es noch nicht besonders schwer gefallen, eine Sprache zu lernen. Und deshalb mache ich das wahrscheinlich auch so gerne. Und dann kommt noch dazu, dass ich eben diese zwei Sprachen auch studiere. Das dürfte das erklären. Und nein, ich bin nicht bilingual aufgewachsen. Das wäre total cool, habe ich mir immer gewünscht. Aber ich bin eigentlich wirklich nur ein ganz langweiliges, deutsches Kind. Mit deutschen Eltern. Aber es ist ja auf jeden Fall cool gewesen, irgendwie zersprachig aufzuwachsen. Aber gut. Hat ja jetzt trotzdem noch geklappt mit den anderen Sprachen. Genau. Und dann kriege ich auch häufig die Frage, welches Mikrofon ich benutze. Ganz am Anfang in meinen Videos habe ich nur meine Kamera benutzt. Das war eine... Was war das? Eine Panasonic... Irgendwas. Panasonic SD... Ich weiß jetzt nicht genau. Aber die benutze ich schon länger nicht mehr. Ich benutze jetzt quasi eine Kamera und dann noch externe Mikrofone. Und zwar... Als quasi... Ich glaube das nennt man auch Mikrofon oder Recorder auf Englisch. Benutze ich das Zoom H1 oder den Zoom H1 Handy Recorder. Steht da so drauf. Ähm... Und in den stecke ich dann immer noch, äh... Bienen auch alle. Wenn man das so sagt auf Deutsch. Ähm... Mikrofone. Eins für die linke Seite. Ähm... Okay. Eins für die linke Seite. Und eins für die rechte Seite. Und ja. Und dann mache ich hinterher eben Ton und Video. Zusammen. Ähm... Genau. So wieder. Achso, ja. Und wie heißen die binauralen Mikrofone? Das sind die... Sound... Man... Klassik... Zwei... Binauralen Mikrofone. Ich glaube so heißen die. Findet man im Internet. Ja. Genau. Okay. Also krass, jetzt habe ich ja doch viel mehr geredet, als ich erwartet hatte. Ähm... Ja, was gibt's noch so für deutsche Kanäle? Wie gesagt, mehr als man denkt. Ähm... Ihr kennt wahrscheinlich eh... Den ersten, den ich jetzt nennen werde. Weil sie auch ziemlich bekannt ist. Und zwar ist das so eine ASMR. Ist auch deutsche. Und sie macht auch unter anderem deutsche Videos. Ähm... Aber so wie ich eben auch englische. Dann gibt's... Ich glaube sie ist relativ neu. Ich kannte sie... Also kenne sie erst seit kurzem. Und zwar... Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube... Ich würde sagen Caroline ASMR. Aber es kann auch sein, dass man das Caroline ASMR ausspricht. Das weiß ich nicht. Aber seit ich weiß, ist sie auch deutsche. Und macht auch unter anderem deutsche Videos. Ähm... Dann gibt's... Draconi. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so richtig ausgesprochen habe. Aber ich denke schon, da gibt's eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, das auszusprechen. Die macht auch oft deutsche Videos. Und zwar macht sie... Die finde ich ganz cool. Ganz oft so, ähm... Deutsch... Eine Deutschstunde quasi. Und da bringt sie dann so Vokabeln. Den... Den... Den Zuschauern bei. Und solche Sachen. Und dann gibt's das, äh... Seventeen. Miss Coco. Ähm... Die macht auch super Videos. Auch schon... Gibt's auch schon länger. Und... Ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Macht auch super Videos. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Egal. Kann man ja nicht oft genug sagen. Ähm... Die mache ich dann... Die Namen und die Links und so mache ich dann auch alle unten in die Beschreibung. Und dann gibt's, ähm, noch... Einen... Mann unter den deutschen Kanälen. Ähm... Einen jungen Mann. Würde ich jetzt mal schätzen. Wenn man... Wenn ich ihn mir so angucke. Und zwar... Heißt der Whisper for President. Und er macht auch oft deutsche Videos. Und ich finde die auch total super. Also... Ich finde, er hat eine sehr angenehme Stimme. Und... Macht echt gute Videos. Und dann gibt's halt, ähm... Noch zwei, die... Jetzt mir noch so einfallen. Die aber, soweit ich weiß, keine Videos mehr machen. Leider. Und zwar das eine ist auch ein Mann. Ähm... Und zwar... Let me ASMR you. Das ist aber schon lange her, dass der zum nächsten Mal was hochgeladen hat. Und dann gibt's noch Flüsterschmetterling. Und da ist wirklich auch schon, ähm, lange kein Video mehr da gewesen. Deshalb weiß ich nicht, ob sie noch offiziell quasi Videos macht. Oder nicht. Aber die beiden gibt's noch. Und die sind auch sehr beliebt, ähm, gewesen. Glaub ich. Es gibt mit Sicherheit noch mehr. Es tut mir leid, wenn ich da Rätstuen vergessen hab. Ich kenn auch nicht alle. Ähm... Ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren dann noch hinschreiben, wer da noch hinzugefügt werden muss. Und dann... Kommt ihr auch noch mit in meine Beschreibung. In die Videobeschreibung. Ähm... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt richtig schön entspannt und müde seid. Und vielleicht sogar schon, äh, dass wir natürlich noch besser am Schlafen. Ja. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Was wahrscheinlich dann aber wieder auf Englisch sein wird. Aber nicht verzagen, denn ein deutsches Video kommt mit Sicherheit wieder. Tschüss.